Also das war am 28. März. Wir haben nach Deutschland gefahren wegen Krieg und das war eine gute Möglichkeit zum Taekwondo hier in Deutschland zu machen. Mir gefällt, dass alle Leute aus anderen Ländern sind. Sie sind alle nett, organisiert und pünktlich. In meiner Freizeit mache ich viel mit meinen Freunden aus Taekwondo irgendwelche Sachen. Man gibt ja dadurch ganz vielen jungen Leuten auch Freizeitmöglichkeiten und dadurch können sie nicht so abdriften. Also für mich ist es immer ganz wichtig, dass alle die Möglichkeit haben Sport zu treiben, die das gerne machen möchten und lernen über solche sportlichen Aktivitäten natürlich auch uns besser kennen, unsere Sprache besser kennen und kommen dadurch dann natürlich auch weiter. Da wird nicht nach der Herkunft gefragt, da wird nicht nach dem Sozialstatus gefragt. Da macht man einfach gemeinsam Sport und das möglichst fair miteinander, aber gleichzeitig auch bereit Leistung zu erbringen. Das sind ganz wichtige Grundwerte auch in unserer Gesellschaft und das wird in den Sportvereinen super gelebt. 2 D